Der Mars kann es übrigens nicht sein, weil der Ring da nicht ist. Könnte die Erde los sein, aber der Ring ist ja gut. Dann ist es der Jupiter. Nein, es gibt quasi so einen wirbelnden Mars. Der Jupiter ist schon der mit dem Ring. Der Jupiter hat es gut. Oh, wie schön. Riffle, die Explosion der Anasitore hat die Orbitalstabilisator zerstört. Der nächste Fall wird vom Himmel. Ich versuche die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von Ihnen angedockte Ambulanz-Shuttle ist im Eimer. Die Torrents ist der einzige Ausweg. Na gut. Dann müssen wir wahrscheinlich da kurz aufpassen. Ach, du Leberlützle. Der Funkspruch von Berlin wurde gerade aktualisiert. Hallo, Sebastian, bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisator zerstört. Wir können nirgendwo ankommen. Lassen Sie uns bitte was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrents Ende. Strike! Ich will hier jetzt gleich mal was versuchen. So, und wenn man so ein bisschen bei euch schlagen muss? Ich muss mich so wahrscheinlich schlagen, ja? Ich weiß. Nicht rennen. Da war einer. Wir sind gefährlich und verzweifelt. Ja? Der war bewaffnet. Wo bleiben die Aliens? Wo genommen hast du jetzt hin? Geradeaus und dann irgendwann wieder durch. Da wo der Fettsack ist. Da hin, da hin. Easy. Aber der hat zum Beispiel niederschlagen. Ja. Stimmt. Nein, nein, nein. Okay, ich wollte eigentlich nur ein bisschen rennen, um zu schauen, ob das Alien kommt. Ja, ich frage mich eigentlich eh, wo die momentan sind. Momentan Alienfreie Zone. Okay. Halt's mal an. Ah! Ist ja tot. Neun. Jetzt tot. Da ist das Plut nur so gespritzt. Dein Ernst? Wow, 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 wow. Was denn? Genau das. Ja, hallo. Also, ich muss da auf jeden Fall durch. Ich mach mal ne neue Frage. Schau mir das mal genauer an. Ich muss sehen, dass hier abgeht. Ich mach mal alles aus. Ich mach mir das hier und geh auf das Terminal. Äh, nein, da, 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 da. Entschuldigung. Der Thema der Bär. Ich will nicht, dass der Bär steckt. Ich mach euch auch. Oh, na, 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 na. Wir können doch jetzt die Pause machen. Nö. Dann kann ich das jetzt schon gucken, oder wir. Ah. Ich hätte eh dann so Hunger. Der Schloss recht lang So, da ist hoffentlich Da ist jedenfalls jemand Muss ich zu dem Tyk? Hm Genau Replay Marlos Berechtigungen sind doch immer in diesem Terminal gespeichert Hätten wir die Koordinaten der Torrents, könnten wir die Übertragungsschüssel manuell ausrichten Und gehen Sie die Apollo vollständig Da ist ein Observatorium gerade, oder? Ja, damit sollten Sie die Koordinaten der Torrents finden können Ich mach Ihnen die Tür auf Dankeschön Mann, Mann, Mann Orbitalstabilisatoren auf 50% Und feilend Kommt, Controller Jetzt hab ich immer noch das Gefühl, da kommt irgendwann was Ja Ich lösch gerne ab Oh, nice Ich bin heiß wie Frittenfett Das glaub ich dir gerne Hm Na Aber Gerade läuft's Magst du mir mal meine Kutter geben? Dankeschön Hört schon an mir so eine Partie aus der zweiten Liga Schoppen Dann spielen die ersten Gäste, glaub ich Beisern Sind noch getunnelt in Torwart, Respekt Hast du sogar mit dem Kopf voll? Da heben sie die Biere Na Besser sie heben sie, als wenn sie sie schmeißen Und du sie auf den Kopf kriegst Das mach ich gar nicht Alles schon passiert Ja Verdammt Ich kann die Abriegelung nicht noch gehen Mach sie weiter Das Schiff wartet nach draußen an uns Apollo lässt mich nicht rein Versuchen sie es nochmal Okay Okay Apollo lässt dich nicht rein Apollo lässt mich rein Weil ich in diesem Spiel eine Frau Ziemlich viele Leute hier, was muss ich denn machen? Oh ich muss nach links Der Planet Was meinst du mit der Planet da hinten heißt? Mars Meinst du echt? Ja Wir sind gar nicht so weit von der Zivilisation entfernt Ich hab ihn nicht gesehen, aber ich hab ihn einfach mal geraten Was dahin? Ich muss nicht dahin Welcher ist der kleinste Planet? Was? Welcher ist der kleinste Planet? Was? Ah der Unter? Ja Okay Okay Wenn du das sagst Ich hab mich damit nicht so befasst Ich mag zwar Ähm Astrologie 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 genau Astrophysik und sowas Mag ich sehr Alles was man mit Sternen, mit Planeten und alles was zu tun hat Nur irgendwie ist mir unser Sonnensystem zu langweilig Passiert nichts Ich mag es wie es passiert Aber nicht Wow Dass es passiert Das Ding ist so riesig Krasse Scheiße Achso Hä? Was ist das? Was ist das? Und noch Enter drücken, ey was? Nö Muss ich auch wieder irgendwas hübsches machen? Tasten bewegen Aber wenn es jetzt gleich kommt, dann müsste ich gleich klacken machen Perfektes klicken War das so richtig? Schienen so Wir fahren um Boah Ja dieses riesen Ding Ist einfach nur unglaublich krass gemacht Ja den Planeten meine ich Äh der Mars kann es übrigens nicht sein Weil der Ring da nicht ist Könnte die Erde los Dann ist es der Jupiter Nein äh Es gibt quasi so ein Wirbel im Mars Der Jupiter ist schon der mit dem Ring Der Jupiter hat zwei Ringe Waaah Das war falsch Ach vergiss es Hä? Jetzt müssen sie noch die Schüssel Manuell ist auf die Position der Torrents ausrechnen Verstanden Ich gehe nach draußen Wann passiert hier denn mal was? Ich will irgendwas mal neu erinnern Ah jetzt geh ich wieder zurück Ah schön Ich bin ja eigentlich ganz froh dass hier nichts passiert Jetzt müsste ich wahrscheinlich zu diesen drei Typen hin Oh Ich kann den Eingang zur Luftschlöse von hier aus entsperren Einen Moment Was ist denn wenn ich... Ich würde mal wissen ob die El... Ob das Elin auch überhaupt hier ist Ja ich hab's Also wo kann ich jetzt lang? Oh Na die Mitte Ist denn da Geishna? Da waren die Geishna? Liegt doch immer einfach Hä? Und die Geishna? Wir haben wieder Waffen Wie geht es dir alles klar? Hm? Ich soll doch hier runter Was gehen... Aha Ich muss... Das sieht zu gut aus Das sieht sehr gut aus Warte Hat hier nämlich lieber mal einen Flammenwerfer Ach warum das... Hier sind vier Türen Geh einfach mal geradeaus Warte kommst du nicht weit Schön 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 Mehr als zwiebelig Werden wir aber... Ziemlich komisch Muss ich da laufen oder muss ich vielleicht hier weiter Oder? Nö Aber der Pfeil sagt Zeig dir eigentlich doch ja Okay das sind wir Vielleicht müssen wir hier irgendwo was eingeben In diesen riesen Raum Meinst du? Soll ich ihn mal einen töten? Ja... Ich würde mal... Setz doch mal so einen Geräuschemacher ein Irgendwo... Dahinter... Wir hinwerfen genau da Und ich will mal wissen ob das Alien kommt Ich weiß nicht wer mich mehr zu... Dir oder den sind sie Ein Versteckungs Es muss hier irgendwo sein Es wird nur eine... Nur Waffe Ist das Demonschall? Ja Es kommen keine Aliens Wenn du diese EMP-Dings nimmst Diese... Okay die haben doch noch Waffe Klar Wenn du diese... Notwehr Wenn du diese EMP-Mine wirfst Sind die gelähmt Echt? Ja Und dann kannst du sie... Fretzeln Das war ziemlich schnell was die da gemacht haben Ja das waren... Das waren gute Waffen Ja... Die haben mich ziemlich schnell außer Gefecht gesetzt Ja... Ja... Lauf doch da so... Geschmeidig mal durch Ja... Machen sie mal Oh nö... Jetzt musst du wieder dieses ganz komische Zeug hacken Ja... Jetzt musst du wieder Hack Meister spielen Pickman Na gut... Warum auch nicht? Ach Pfeile und noch Eingaben dabei Ja... Das ist ja eklig Hm... Aber das geht ja noch... Nur das hier finde ich irgendwie so scheiße... Das finde ich doof Ist das richtig so... Ist das richtig so... Nein das ist nicht richtig... Egal... Dass die Dinger berühren glaube ich ist das in Ordnung Naja... Einfach nur riesig dieses Raumflip Oh ja... 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 Ich weiß genau dass du es warst Warte... 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 Hm... Ja... Oh... Endlich... Ich hab sie gefunden Ricardo Jetzt müssen sie noch die Schüssel manuell auf die Position der Torrens ausrichten Verstanden... Ich gehe nach draußen... Ich gehe nach draußen... Hm... Das war ziemlich merkwürdig oder? Ja... Geben war die nicht da... Na ja... Cool... Also wie gesagt... Diese EMP Dings da... Äh... Tut die... Lehmen... Okay... Also die Syntheten tut's lehm... Ja die Syntheten... Weil die bestehen ja auch aus Elektronen... Beziehungsweise... Die sind ja... Oh... Hm... Warum macht man's nicht so? Genau das hab ich eigentlich auch noch gedacht... Aber... Naja... Das wäre für mich zu einfach gewesen... Oh... Na... Wir bekommen mal ein Land... Und ziehen wir uns drauf... Endlich... Chees-Star-Store... Auf... Mit Helm... Natürlich... Wir gehen raus... Wir gehen raus jetzt... Speichern... Speichern... Freaks sind wieder da... Und weil's gerade so spannend wird... Unterbrechen wir hier... Weil man sagt ja immer... Man hört auf wenn's am schönsten ist... Und das ist gerade ziemlich schön... Momentan ist es... Es läuft einfach geschmiert... Auch wenn die Alien sich nicht... Aber... Die kommen noch... Leute... Wir sehen uns beim nächsten Part... Auf Wiedersehen... Tschüss mal...